Fast Vergessen. Zwischen Erinnerung und Zukunft. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Fast Vergessen. Heute geht es bei uns um dieses Thema. Ich bin nicht schlecht in Revolutionstippen. Also 2010 nach meiner Promotion. Der Arbeitstitel war Parlament und Protest. In Ägypten alle. Wen interessiert Protest in Ägypten? Zack. Nie im Leben passiert das. Das sind ja auch Emotionen, die da eine große Rolle spielen. Man tut ja immer so, als wäre das so eine Rechenaufgabe. So pro contra und heute gehe ich demonstrieren. Ja, das dachten sich 2011 dann doch sehr viele Menschen beim arabischen Frühling. Tausende gingen auf die Straßen und protestierten gegen die machthabenden Regime und alles begann mit einem leider sehr tragischen Ereignis. Denn ein junger Tunesier brachte die Arabellion, wie die FAZ damals die Bewegung auch taufte, durch seine Selbstverbrennung ins Rollen. Innerhalb weniger Wochen kam es zu landesweiten Massenunruhen, die in den nächsten Monaten auf etliche Staaten der arabischen Welt, in Nordafrika und dem Nahen Osten übergriffen. Die Massenproteste führten zur Absetzung des tunesischen Machthabers Ben Ali und zum Rücktritt des ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak, auch die Präsidenten des Jemen, Ali Abdullah Salih und nicht zuletzt der Machthaber Libyens, Muammar al-Ghadafi, wurden gestürzt. Doch nicht überall waren die Proteste, zumindest im ersten Moment, erfolgreich. In Syrien entbrannte in Folge der Arabellion der Bürgerkrieg, der leider bis heute auch noch anhält. Heute, zwölf Jahre nach den Protestbewegungen, ist die Bilanz des arabischen Frühlings durchwachsen. Zwar kam es in vielen Ländern der arabischen Welt zunächst zu Regierungsbildungen und politischen Reformen. Naja, wirklich nachhaltig verbessert hat sich die Situation der Menschen in vielen Ländern der Arabellion leider bis heute nicht. Mein Name ist Jessie Henschel und in der heutigen Folge spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Irene Weipert-Fenner über die Hintergründe und Entwicklung des arabischen Frühlings, aber auch über die Nachwirkungen und die aktuelle Situation in Nordafrika und dem Nahen Osten. Frau Weipert-Fenner, hallo und vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Schönen guten Tag. Ja, und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch ungefähr vorstellen können, mit wem wir hier sprechen, ein paar Eckdaten zu Ihnen. Sie haben Politikwissenschaften und Arabistik in München, Nürnberg und Bamberg studiert, promovierten an der Goethe-Universität Frankfurt, sind seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, also der HSFK und dort vor allem eben Experten für Tunesien und Ägypten. Ja, natürlich dürfen, bevor wir uns den inhaltlichen Themen widmen, auch bei Ihnen unsere etwas ein bisschen unkonventionelleren Kennenlern- und Vorstellungsfragen nicht fehlen. Frau Weipert-Fenner, sind Sie denn bereit, ein paar kurze Fragen zu beantworten? Na klar, gerne. Sehr gut. Fangen wir erst mal ganz einfach an. Eher Meer oder Berge? Berge. Eher Rucksack oder Koffer? Rucksack. Würden Sie gerne in die Zukunft reisen? Ja, manchmal schon, um zu schauen, was wir hier so spekulieren, ob davon irgendwas wirklich zutrifft, ja. Und das wäre natürlich schön, wenn Sie wieder zurückreisen könnten und dann vielleicht darauf einwirken könnten. Ja, tatsächlich passiert es in meiner Arbeit manchmal, wenn ich mir Quellen anschaue, die vielleicht zehn Jahre alt sind, und mir denkt, Wahnsinn. Oder Sachen, die ich geschrieben habe vor zehn Jahren. Also ein bisschen wie die Reise in die Vergangenheit. Stimmt, was haben wir eigentlich damals gedacht? Und ja, natürlich ist das Ergebnis durchwachsen, aber bei manchen Sachen bin ich gar nicht schlechter, wenn wir heute reden, in Sachen Revolution raten. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Sehr gut. Dann sind wir schon mal ganz gespannt, was Sie dann uns alles erzählen werden. Jetzt widmen wir uns eben, wie gesagt, dem arabischen Frühling. Die Proteste begannen, wie schon erwähnt, eben im Dezember 2010 in Tunesien. Kurz darauf eben begehrten auch weitere Bevölkerungen gegen ihre Regierung auf in Ägypten, Libyen, Jemen, aber auch in Algerien, Irak, Oman. Aber natürlich auch in Saudi-Arabien, dem Sudan oder Syrien, was eben, wie gesagt, bis heute leider noch massive Auswirkungen hat. Also rundum eigentlich in fast allen Staaten der arabischen Welt. Was genau darunter fällt, können wir ja nochmal gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Der tatsächliche Auslöser war ja eben eine sehr schreckliche Verzweiflungstat des 26 Jahre alten Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi in Sidi Bouazid. Das ist ja so eine Kleinstadt in Tunesien. Also eigentlich gar nicht so groß, wie man jetzt denken würde. Das hat er eigentlich mit einem sehr kleinen Akt der Verzweiflung, der aber massive Auswirkungen hatte, weil dieser Mann sich eben leider am 17. Dezember 2010 vor der dortigen Polizeistation selbst mit Benzin übergossen hat, dann angezündet und eben leider einige Tage nach an seinen schweren Verbrennungen verstarb. Finde ich eine unfassbar schreckliche Vorstellung, wenn man bedenkt, also wie weit ein Mann oder ein Mensch getrieben werden muss, sich selbst sowas anzutun, selbst so einen absolut schrecklichen Tod zu sterben. Und dann fragten sie sich natürlich, was hat diesen Menschen denn dazu getrieben? Also wie kommt man dazu, so eine Tat selbst zu begehen? Frau Weiber-Tfenner, was waren denn die Ausgangslagen oder vor allem die Ausgangslage eben in Tunesien, die Bouazizi dazu gebracht hat, diese Tat zu begehen, aber dann auch dazu geführt hat, dass die Proteste eben in Tunesien begangen, aber auch in die anderen Staaten dann übergegangen sind? Ja, Sie haben es ganz schön geschildert, also ich meine, diese pure Verzweiflung, die da hinter diesem Schritt stehen muss. Also ich glaube, generell ist wichtig zu wissen, dass die Motivation einmal ganz stark sozioökonomisch, also mal sozialwirtschaftlich motiviert ist und andererseits politisch. Und dass aber diese beiden Motivationshintergründe sich oft vermengen. Und Sidi Bouzizi ist eben ein gutes Beispiel dafür, weil er war ein informeller Gemüsehändler. Informell bedeutet, er hat quasi schwarz gearbeitet, wenn man so möchte, weil er einfach keine formale Anstellung bekommen hat. Das war die einzige Möglichkeit, für ihn irgendwie sein Leben zu bestreiten. Nun war er in dieser prekären Arbeitsform ständig der Polizei ausgesetzt. Die ihn schikanierte, die ständig Bestechungsgelder wollte, um ihn doch noch arbeiten zu lassen. Und am diesen Tag eskalierte das, ja. Das war sozusagen, da hatte sich etwas aufgestaut. Und ich glaube, das ist irgendwie ein gutes Bild für die ganze Region. Über Jahre, fast schon Jahrzehnte, haben sich Missstände aufgebaut. Wir treffen vor allem die junge Generation, die keine Jobs mehr findet auf dem formalen Arbeitsmarkt. Die sicheren Jobs, die sind im öffentlichen Sektor, da wollen auch viele nach wie vor rein. Weil dort die Arbeitssicherheit groß ist, aber auch die Absicherung für die Rente, für die Gesundheitsversorgung dort am besten ist. Die Leute, die da drin sind, gehen auch nie raus. Also es gibt kaum Flexibilität zwischen privaten und öffentlichen Sektor. Der private Sektor, der, sagen wir mal, ab den 80er, 90er Jahren immer größer wurde, weil die Staaten gezwungen waren, sich zurückzuziehen aus der Wirtschaft. Da können wir nachher nochmal in Ruhe drüber reden. Die haben sozusagen einen prekären privaten Sektor unterlassen, ja. Also Unternehmen, die geringe Löhne zahlen oder eben, und das betrifft vor allem die jungen Menschen, die im informellen Sektor arbeiten müssen. Also eben Straßenhändler, Taxifahrer, sich sozusagen irgendwie durchs Leben durchwurschteln. Und dieser informelle Sektor ist eigentlich nicht der Klassische, der gegen politische Regime aufbegehrt. Man ist viel zu sehr beschäftigt mit seinem Alltagsüberlebenskampf. Wogegen dann Protest sich richtet, ist, wenn der Staat in diese Praktiken des Alltags eindringt, wie zum Beispiel die Polizei, die Bestechungsgelder abgreifen will, Ware konfisziert. Das war immer wieder ein Grund dafür, zu Verzweiflungstaten von einzelnen Menschen. Und diese Selbstverbehandlung gab es auch schon vor ihm, ja. Und die gibt es auch nach wie vor als einen Akt der Verzweiflung. Man kann nie genau hervorsagen, wann jetzt ein bestimmter Akt so überspringt. Aber hier war einfach dieser Gemüsehändler, weil der Stand für einfach so viele Menschen, die sich damit identifizieren konnten, dass es so nicht weitergeht. Dass man nicht einerseits wirtschaftlich prekär sein kann und dann auch noch dem Staat ohne jegliche Rechte den Sicherheitskräften so ausgeliefert sein soll. Während der Arabellion gab es ja auch so drei markante Schlagworte. Freiheit, Arbeit und Würde. Und Sie hatten es gerade schon gesagt, es gab viele sozioökonomische Gründe für die Protestbewegung. Aber wann ist es dann so umgeschwungen, dass es wirklich auch in dieses Politische ging? Also wann kam dieser Umschwung, dass es sich auch wirklich gegen die Regime gerichtet hat? Also der ist in jedem Land unterschiedlich. In Tunesien fing es, man kann man sagen, sozioökonomisch motiviert an. Die Stadt, in der die Selbstverbrennung stattfand, war im sogenannten marginalisierten Hinterland von Tunesien. Und da gab es auch immer wieder Proteste, dass in die Regionen, in die keine Investitionen geflossen sind, wo die Jugendarbeitslosigkeit gerade unter AkademikerInnen besonders hoch ist, sagen diese sozioökonomische im Vordergrund stand. Also vor allem der Gewerkschafts-Sachverband in Tunesien hat dazu geführt, dass sich die Proteste langsam ausbreiteten, vor allem die lokale regionale Ebene. Und je mehr es dann Richtung Küstenregionen, Richtung Hauptstadt ging, umso mehr kamen auch politische Komponenten mit rein. In anderen Ländern war es andersrum. In Ägypten zum Beispiel fing es an mit einer Protestaktion gegen Polizeigewalt. Am Tag der Polizei quasi, dass die Willkürherrschaft als erstes kam. Aber dann, auch in Ägypten gab es den Slogan, der beides verbunden hat. Also auch hier beides wieder zusammenkommt. Und ich glaube, das Übergreifende, was man sich immer vorstellen muss, ist die Würde. Es geht um die Würde. Und ein Leben in Würde bedeutet, sagen wir, soziale Gerechtigkeit, aber auch politische Freiheit. Also nicht, dass man trennen sollte, aber man kann es in diesen ganzen Protesten, die Sie auch angesprochen haben, die seit 2011 stattgefunden haben, sieht man oft, dass ein Auslöser entweder sozioökonomisch oder politisch ist. Dass aber sehr schnell das gesamte Tableau an Forderungen dann in diesen Massenprotesten auf den Tisch kommt. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, dass es ja dann auch beispielsweise auf Ägypten übergeschwappt ist, dieser Revolutionsfunkel-Gedanke. Wie genau liefen denn die Ereignisse damals ab? Also lässt sich das überhaupt chronologisch rekonstruieren, wie das war von Tunesien aus? Lief das alles gleichzeitig? Vielleicht kann man ja so eine grobe Skizze mal geben, so beispielsweise, wie es von Tunesien dann ausging nach Ägypten oder Libyen oder dann eben auch Syrien oder dann den Irak. Also was man schon sehen kann, Tunesien war der erste Fall, Ben Ali stürzt am 14. Januar. Die Proteste in Ägypten beginnen am 25. Januar. Die waren durchaus inspiriert durch Tunesien. Also ich meine, man vergisst es vielleicht manchmal, wir waren alle einfach nur baff damals, dass so eine Massenbewegung stattfinden kann. Tatsächlich war Tunesien damals ein sehr illiberales, autoritäres Regime. Also autoritäre Regime sind auch an sich sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Ägypten war zu der Zeit liberal, aber dort, es gab mehr Handlungsspielräume. Immer Opposition war erlaubt oder hatte mehr Handlungsspielräume. Zivilgesellschaft hatte mehr Handlungsspielräume. Und das ausgerechnet in Tunesien, dieser wirklich illiberalen Autokratie, dort die Proteste beginnen würden, hätte wirklich niemand gedacht. Also wahrscheinlich eher in Ägypten noch als in Tunesien. Hätte man gedacht, genau. Genau. Gleichzeitig war natürlich die Signalwirkung, die vom Sturz Hosni Mubarak in Ägypten ausging, viel, viel größer. Weil Tunesien ist sozusagen regionales Leichtgewicht und Ägypten ist ein Schwergewicht. Sowohl auch international. Insofern war das nochmal viel, viel bedeutsamer. Man sprach immer von der Mauer der Angst, die eingestürzt wurde. Und sagen, das ist das, was übersprang. Es war auch eine gewisse Art der Protestform, also einen Platz, einen großen Platz zu besetzen. Und es gab auch etwas Austausch zwischen AktivistInnen. Zum Beispiel, wie man sich gegen Tränengas schützt, kursierten dann im Internet eben Anleitungen. Und trotzdem muss man schon ganz klar sagen, diese Bewegungen bleiben für sich. Also was überspringt, ist indirekt. Es sind keine direkten Kontakte, die dazu führen, sondern es ist wirklich so eine Art Vorbild. So, wenn die das schaffen, schaffen wir das auch. Und dann kommen aber sehr schnell die Logiken des jeweiligen Landes zur Geltung. Also jedes Land hat eigene Konfliktlinien, die man sich dann anschauen muss. An denen entlang dann diese Proteste, ja, immer sich strukturieren, sich dazu verhalten. Ja, es ist auch wichtig zu wissen, dass Protestakteure da auch immer Möglichkeiten haben, unterschiedliche Wege einzuschlagen. Wir reden jetzt hier von 2011. 2019 gab es eine zweite große Welle in der Irak, Libanon, Algerien, Sudan. Dort haben die Protestakteure explizit Rekurs genommen auf 2011 und gesagt, manche Fehler wiederholen wir nicht. Haben quasi gelernt. Genau, genau. Es gibt indirekten Austausch oder es gibt wenig direkten Austausch. Das meiste läuft eben indirekt. Aber eben diese Signalwirkung, ob die Möglichkeit des Protests, auch die Protestform, das Friedliche, lange friedlich zu bleiben, ja, das war auch in Syrien eigentlich lange. Nur die Internationalisierung dieses Konflikts hat dann eben sehr schnell dazu beigetragen, also ja, innerhalb eines Jahres, dass es dann gewaltsam wurde. Und dann der friedliche Protest, der, sagen wir, die Protestform des arabischen Frühlings war, leider dann zum Erliegen kam. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die großen Plätze, die dann besetzt wurden, das war ja beispielsweise in Kairo, also in Ägypten, auch der Tachirplatz. Und da war ja die Besonderheit, dass natürlich die Polizei schon extrem gegen die Protestanten vorgegangen ist, aber das Militär ja dann sich mit den Protestanten, ja, loyalisiert eigentlich hatte und mit denen zusammen verbündet gegen das Regime vorging, was ja im Nachhinein sich dann wieder gewandelt hat. Wie ist das denn in Ägypten gewesen? Weil der Machthaber, Mubarak, wurde ja gestürzt, das Militär hatte sich gegen ihn gewendet und dann danach kamen ja die, ja, mehr oder weniger demokratischen Wahlen, die ja dann dazu geführt haben, dass die Muslimbrüder die Macht übernommen hatten. Wie konnte es denn dazu kommen? Ja, ich würde da gerne einen Schritt zurückgehen und sagen, was eigentlich in den 2000er Jahren in Ägypten los war. Also Hosni Mubarak war ja selber ein Armeeangehöriger, ja, also eigentlich als Ehrenmacht kam, waren wir eigentlich noch in der Militärdiktatur, ja, seit 1952 war eigentlich Ägypten streng genommen eine Militärdiktatur, weil immer ein Oberbefehlshaber sozusagen ein Präsident war. Gleichzeitig hatte die Armee sich immer weiter von der politischen Bühne eigentlich zurückgezogen, sie war nicht mehr so sichtbar. In Ägypten wusste man, dass die Armee wirtschaftlich ganz tief vernetzt ist, auch im Konsumgüterbereich, also wirklich breit, im Bausektor etc., aber man dachte, die Generäle seien einfach saturiert, also die hätten einfach genug Materielles für sich abgegriffen und hätten kein weiteres Interesse an Politik. In den 2000er Jahren hat Hosni Mubarak einen seiner Söhne, Gamal Mubarak, zu seinem Nachfolger aufgebaut, zumindest war das die Spekulation. Gamal Mubarak war kein Militär, er war ein Zivilist, umgeben von privaten Unternehmern, einer privaten Wirtschaftselite, die durch die engen Verbindungen zum Regime extrem profitierte, das waren Oligarchen auf gut Deutsch, ja, also kein freier privater Sektor. Und diese Clique greift immer weiter aus im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im politischen Bereich, dominiert dann das Parlament, dominiert die Regierung, die Regierungspartei und macht die Entscheidung immer mehr zu ihren Gunsten, sodass wir innerhalb der Regierungspartei, innerhalb der Regierungselite einen Konflikt hatten, zwischen alten Eliten, die vielleicht im öffentlichen Sektor stärker verankert waren und ihre Interessen nicht mehr wirklich repräsentiert gesehen haben in diesem Regime. Und das konnte man eben sehr gut nachzeichnen. Sodass dann, in dem Moment, als diese großen Proteste auftauchen, die Armee als dritter Akteur, der immer im Hintergrund war, wieder nach vorne rückt und als erste Reaktion diese privatwirtschaftlichen Eliten, die auch sehr verhasst waren in der Bevölkerung, entfernt und sich selbst sozusagen an die Spitze setzt. Hosni Mubarak war sozusagen nicht mehr ihr Garant dafür, viel Stabilität, um weiter ihr wirtschaftliche Interessen und ihre Position zu verteidigen, sondern man hat sozusagen ihn geopfert und ist aber selbst wieder auf die politische Bühne getreten. Genau, und das ist bis heute der Fall. Es gab diese Zwischenphase mit den Muslimbrüdern. Im Nachhinein sagt man gerne, ja, die Armee hatte von Anfang an den Plan, nie was abzugeben, war von Anfang an eigentlich fest im Sattel ab 2011. Ich glaube, dass sie das wollte, aber man kann schon sehen, dass die ersten zwei Jahre ist ein Hin und Her und die Versuche irgendwie der Armee auch ihre Position abzusichern. Und letztendlich hat man die Muslimbrüder da in eine Art Falle gelockt. Die haben die freien Wahlen gewonnen, erst die Parlamentswahlen und dann die Präsidentschaftswahlen. Allerdings waren sie nie gleichzeitig in beiden Institutionen an der Macht. Denn das Parlament wurde vorher aufgelöst, bevor Hamid Morsi, der ein Muslimbruder, zum Präsidenten gewählt werden konnte. Das heißt, die hat nie Legislative, also Gesetzgebung und auch Exekutive gleichzeitig in der Hand. Also das war schon mal so eine Art Gewaltenteilung, die die Armee die ganze Zeit im Blick hatte. Das Parlament war auch nur vier Monate eingesetzt. Jetzt ist es eigentlich auch gar nichts. Und der Präsident, Mohammed Morsi, hat sich auf einen Deal mit der Armee eingelassen. Er hat einige Armeen, unter anderem Abdel Fattah Hassisi, der heute Präsident ist, eingegliedert in die Herrschaftsstruktur, hat liberale Kräfte, pro-demokratische Kräfte marginalisiert, hat auf einen autoritären Kurs gesetzt und gedacht, so würde die Armee sich befrieden lassen. Und ist letztendlich in die Falle getappt. Die Mobilisierung, die ab 2013, Anfang 2013 stattgefunden hat, die war orchestriert von alten Wirtschaftseliten, alten Eliten des Mubarak-Regimes, gefördert von der Armee. Und die haben sozusagen dann die 2011er-Revolution kopiert, nur umgedreht. So dass wir 2013 dann eine Massenmobilisierung gegen Morsi haben, wonach dann der Coup kommt. Im Juli 2013, seitdem sitzt die Armee fest im Sattel und hat es nochmal extrem expandiert im Wirtschaftsbereich. Also sie sitzt jetzt ganz fest, fester denn je im Sattel. Und vielleicht, um nochmal ganz kurz auf die Muslimbrüderschaft einzugehen, für jene oder jenen, der vielleicht nicht so ganz genau weiß, was die ausmacht oder wer die sind, woher kommen denn die Muslimbrüder und was genau ist denn so ein bisschen die Ideologie dahinter auch? Weil es ist ja schon sehr radikal. Das ist so, ja, normalerweise hätte man früher Muslimbruder als sogenannte moderate Islamisten bezeichnet. Das ist aber auch ein Widerspruch ein bisschen in sich, oder? Moderate Islamisten. Deswegen sagt man immer sogenannte moderate Islamisten, wenn man das schreibt. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Moderat und radikal ist ja der Gegensatz. Und die Frage ist, also man muss immer unterscheiden zwischen bezüglich was? Bezüglich der Mittel, moderat oder radikal. Also damit meint man eigentlich Gewalt oder Nichtgewalt als Mittel, um Ziele durchzusetzen. Oder moderat und radikal im Hinsicht auf Ziele. Bezüglich Mittel kann man schon sagen, die Muslimbrüder auf jeden Fall moderat waren. Die wurden 1928 gegründet von Hassan al-Banna, einem Ägypter. Also sie kommen aus Ägypten, wurden aber dann eine transnationale Bewegung, die als Hauptslogan Islam ist die Lösung hat. Also politischer Islam geht davon aus, dass im Islam, im Koran und Hadithen alle Lösungen für politische Probleme und wirtschaftliche und gesellschaftliche zu finden sind. Also ein ganzheitlicher Ansatz. Also so wirklich Verflechtung von Religion mit der Politik. Beziehungsweise, dass man aus der Religion alle Lösungen ableiten kann. Der Witz ist bei den Muslimbrüdern, das sind keine Theologen. Das waren die meiste Zeit eigentlich, als Hassan al-Banna war Lehrer. Die Muslimbrüder sind eigentlich geprägt von Ärzten, von Ingenieuren. Das sind, sagen wir, modern in Anführungszeichen Berufe. Das sind sozial-konservative Bewegungen. Lange wurde spekuliert, was ist denn eigentlich das Wirtschaftsprogramm von denen? Ist das denn eine islamische Wirtschaft? Da gibt es ja bestimmte Vorstellungen davon. Kann man auch so nicht sagen. Also es ist irgendwas zwischen, ja irgendwie sozialdemokratisch in manchen Ansätzen und man oft auch wieder sehr wirtschaftsliberal. Also das konnte man wiederum ganz gut sehen in der Zeit, als die Muslimbrüderschaft in der Opposition im Parlament war, in Ägypten zu sehen. Was fordern die denn dann eigentlich? Zum Beispiel 2008, Weltfinanzkrise. Also es gab keinen besseren Zeitpunkt um den Kapitalismus, als ein, was weiß ich, glaubensfeindliches System darzustellen. Das haben die gar nicht gemacht. Aber eigentlich gab es da kein Programm. Und als die Muslimbrüderschaft in Ägypten an die Macht kam, hat man auch gesehen, die hatten eigentlich kein richtiges Programm. Die sind geprägt, die kommen aus einer Charity-Tradition, ja. Wohlfahrtsleistungen, hier so den Staat zu ersetzen, der sich zurückzog aus all diesen Armutsvorsorge, Bildung, Gesundheit. Das hat dann die Muslimbrüderschaft gemacht. Und das ist sozusagen ihre Stärke gewesen, die soziale Gerechtigkeitsfrage nicht wirklich zu beantworten, sondern diese Schmerzen zu lindern. Und dadurch ein großes Netzwerk zu bilden, auf das sie dann eben aufbauen konnten. Deswegen dann immer sagt er, das ist eigentlich die bestorganisierte Oppositionsbewegung. Aber die große Frage, ob man sagen, Religion und Politik wirklich verbinden soll, also die Missionierung, die Dauer mit der Politik, das ist übrigens eine Diskussion, die jetzt wieder ganz neu entfacht ist, seitdem die Muslimbrüderschaft so unterdrückt wird. Ja. Jetzt bleiben wir mal im Bereich des radikalen Islam. Durch die zerrütteten Systeme und dann eben auch durch den Bürgerkrieg hat sich ja in vielen Staaten, ja, in gewisser Weise ein Nährboden gebildet für die Ausbreitung von Islamisten, eben auch dem IS, dem islamischen Staat. Welche Auswirkungen hatte denn konkret die arabische Rebellion in dieser Hinsicht auf die Gebiete im Nahen Osten? Also ich glaube, was gut ist, wenn man sich auf den islamischen Staat mal ein bisschen einschießt. Das war das prominenteste Beispiel. Wir kennen Al-Karida als transnationalen Akteur, terroristischen Akteur, weil der islamische Staat war was scheinbar Neues. Es war der Ansatz zu sagen, man schafft wirklich einen Staat, einen Kalifat. Das war ein ganz anderer Anspruch. Das war erst mal möglich, weil in bestimmten Bereichen, unter anderem Irak, da fängt es ja an, hier ein Akteur, sagen, Staatlichkeit in Anspruch genommen hat. Und das passt insofern gut zu dem, was wir vorher besprochen haben, weil der arabische Frühling ja motiviert war durch eine Krise der Staatlichkeit. Ein Staat, der weder soziale Gerechtigkeit schafft, noch politische Freiheiten erlaubt. Und so sagen, da wird etwas radikal anderes dem entgegengesetzt. Das hat anfangs eine unglaubliche Sohkraft gehabt. Das hat in Syrien insofern gefruchtet, weil gerade der islamische Staat sich moralisch besser verhalten haben als viele Kämpfer entweder der syrischen Armee oder der freien syrischen Armee, die geraubt haben, gebranntschatzt haben, mit Frauen nicht gut umgegangen sind. Und dann kamen sozusagen die islamistischen Kämpfer, die sich sozusagen in der Hinsicht anständig verhalten haben, die Ordnung etabliert haben. Obwohl sie das ja jetzt nicht mehr tun. Die schienen erst mal besser, die schienen Ordnung zu bringen und nicht weiteres Chaos. Was es der IS dann de facto getan hat und die Brutalität und die Gräuel und was sie ja de facto ja noch nicht geliefert haben, hat dann auch jeder sehr schnell ja zum Verlust des Ansehens geführt. Also sagen, dieses Modell ist eigentlich durch. Also bei uns ist es ja irgendwann noch hängen geblieben, sondern die große islamistische Gefahr. Aber eigentlich war so der große Peak 2014, 2015. Und ab dann ging es ja wirklich schon auch bergab. Aber dennoch hatte der islamische Staat ja eine doch sehr große Anhängerzahl, beziehungsweise Menschen, die das gar nicht schlecht fanden damals. Es war eben so eine Utopie, die Menschen aufgesessen sind, die aber schon lange an Strahlkraft verloren hat. Ich will nicht sagen, dass es nicht wieder zur Radikalisierung kommen kann, denn letztendlich hängt die auch mit sozioökonomischen Missständen zusammen. Aber man kann das auch nicht so automatisch gleichsetzen. Zu sagen, die Missstände nehmen zu und dann nimmt auch gleichzeitig die Radikalisierung zu. Denn das ist dann doch komplexer in die Frage, wie man Probleme versteht, wo man die Antwort findet, wo die Netzwerke sind, die einem eine Antwort vorliefern wollen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen, es ist natürlich eh immer schwer zu spekulieren, habe ich ja gesagt. Deswegen gehe ich immer in die Zukunft und schaue dann, was draus geworden ist. Aber aktuell diskutiert man eigentlich eher den Niedergang des Islamismus. Wie gesagt, als Bürger, Kriegsparteien und Milizen werden sie bleiben. Ganz jetzt nicht weggehen. Aber auch sogar dieser sogenannten moderaten Islamisten, die den Weg eingeschlagen hatten, in den politischen Systemen zu partizipieren und nicht ein neues System zu erschaffen, sondern es quasi von innen zu verändern. Auch deren große Tage, es schauen zumindest so aus, als wären sie gerade vorbei. Jetzt hatten Sie ja vorhin schon gesagt, dass ja eigentlich dennoch jedes arabische Land so ein bisschen einen eigenen Kampf intern hatte. Also unterschiedliche Probleme, verschiedene Beweggründe für die Menschen wirklich aufzubegehren. Die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Länder waren ja dennoch auf eine gewisse Weise, schätze ich mal, verbunden, sodass dieser Revolutionsgedanke sich dann doch ein bisschen ausgebreitet hat. Ein Punkt, der ja in all diesen Ländern wirklich einheitlich ist, ist die Sprache. Also alle sprechen Arabisch. Auf der anderen Seite ist die Region ja auch sehr von Unterschieden geprägt. Also gerade in Hinsicht auf Ethnien und Glaubenszugehörigkeiten. Es gibt Sunniten, Alewiten, Schiiten, Jessiden und noch viele mehr. Ja, was genau verbindet denn diese Gesellschaften der einzelnen Staaten dann? Und was waren vielleicht die Gründe für das Überschlagen der Protestbewegung auf andere arabische Staaten? Also was war so ein bisschen der gemeinsame Funke? Also einmal natürlich die Sprache, die ist überhaupt ermöglicht, dass man so direkt kommunizieren kann, dass man direkt auch lesen kann, was los ist, dass es regionale Medien gibt. Wobei dieses Regionale auch immer mal differenziert zu betrachten ist. Also man sprach ja von dem sogenannten Al-Jazeera-Effekt. Ja, Al-Jazeera ist der regionale Nachrichtensender, der von Katar finanziert und auch zu einem gewissen Teil gesteuert wird in der Berichterstattung. Es gibt das Pendant dazu, das heißt El Arabiya, das wird von Saudi-Arabien gesteuert. Und da kann man so schön sehen, wie so regionale Konfliktlinien, die seit 2011 besonders dominant wurden, da ausgetragen wurden. Also es gab nicht die eine Lesart, wie 2011 zu verstehen ist, sondern gab es sozusagen rivalisierende Berichterstattung. Vor allem, weil Katar als wirklich kleiner Stadt, den man jetzt durch die WM auch sehr gut kennt, ab 2011 sehr aktiv oder seine eigene Agenda folgte in der Region, ein eigener Player werden wollte, indem sie nämlich die Muslimbrüder einmal durch die Region stark unterstützt haben. Und Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die auch aus eigenen Stabilitätsgründen die Muslimbruderschaft stark unterdrücken, weil es in ihrer Geschichte auch Muslimbruderschaften gab, die sagen, einmal Saudi-Arabien den direkten Herrschaftsanspruch infrage stellen, dieses Königshauses, das mit den Religionsgelehrten zusammen eine Herrschaft bildet. Und da sagen diese, also Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien, aus internen Gründen, aber auch dann regional, die Muslimbruderschaft wieder aus dem politischen System rausdrängen wollte. Und so hatte man eben eine ganz klare Konfliktlinie. Katar zusammen mit der Türkei, wo ja sogenannte moderate Islamisten an der Macht sind, die das sozusagen gefahren haben. Und Al-Jazeera hat sozusagen in die Richtung berichtet, sozusagen immer, wo auch Islamisten an die Macht kamen, war es dann Demokratie. Und Saudi-Arabien hat sozusagen das dargestellt als, da kommen die Islamisten, die Terroristen etc. an die Macht. Aber wo es dann Katar nicht gepasst hat, da wurde natürlich dann auch nicht drüber berichtet. Das ist jetzt kein neutrales Feld. Und trotzdem hat das natürlich verbindenden Charakter gehabt, dass man einfach mehr wusste, was auch in den anderen Ländern passierte. Aber natürlich spielt da das Internet auch eine Riesenrolle. Social Media. Soziale Medien, die aber 2011 auch erstmal so ein bisschen romantisierend betrachtet wurden. Man sprach von Twitter-Revolution, Facebook-Revolution. Es hätten quasi diese Technologien die Revolution gemacht. Sie haben sie in dem Moment, waren sie quasi ein wichtiges Tool. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht auch so ein bisschen Brandbeschleuniger. Ja. Es senkt die Kosten für Kommunikation. Es beschleunigt das auf jeden Fall. Es macht jeden irgendwie ja zum Journalisten. Man kann alles posten. Und gleichzeitig haben wir ja auch gesehen, was nach 2011 letztendlich alles mit sozialen Medien passieren kann. Also für die arabische Welt war es unglaublich wichtig zu erkennen. Das ist einerseits ein Tool für AktivistInnen gewesen. Gleichzeitig war es auch ein Tool zur Überwachung der AktivistInnen. Denn die Überwachung im digitalen Bereich hat so immens zugenommen, sodass Facebook und Twitter heute eigentlich keine Rolle mehr spielen in der Mobilisierung. Weil alle AktivistInnen ja wissen, dass alle mitlesen, die wollen. Sodass man jetzt auch auf verschlüsselte Messenger-Dienste übergewechselt ist, was wir ja auch diskutieren hier, Telegram etc. Was wir dann nicht mehr so gut sehen, wo natürlich dann auch der Effekt nicht mehr so groß ist, neue Leute anzuziehen. Und trotzdem, das hat natürlich auch zur Übertragung oder Verbreitung des Ganzen geführt. Das ist sozusagen durch die Sprache ermöglicht. Und gleichzeitig gab es aus den 50er, 60er Jahren heraus auch eine Ideologie, die, die sich damit beschäftigen, aber der Pan-Arabismus, zu sagen, wir sind eigentlich eins, wir sind eine Gemeinschaft. Das wendete sich gegen den Kolonialismus, der den nahen Osten und Nordafrika in Teile geschnitten hatte, wie sie wollten. Und auch sehr willkürliche Grenzen hergezogen wurden. Genau, oder willkürliche Länder überhaupt geschaffen. Ich glaube, in Libanon gab es eigentlich gar nicht. In Libanon gab es nicht, gehörte eigentlich zu Großsyrien. Auch Jordanien ist ein Konstrukt, was heute auch mit diesen Spannungen lebt und damit arbeitet. Also sagen wir, das koloniale Erbe. Dagegen richtete man sich zu sagen, wir sind eigentlich eins. Gamal Abdel Nasser, der eben der so bekannte Präsident, er ist der Präsidentin des unerkeinigen Ägyptens, der war die Stimme der Araber. Der hat eben genau dazu gesprochen. Dieses Projekt ist letztendlich auch gescheitert, weil der Nationalismus in der arabischen Welt sehr groß und sehr stark war. Und auch Islamisten übrigens, die ja immer von der Ummah reden und von dieser großen Gemeinschaft letztendlich auch, also vor allem die sogenannten moderaten Islamisten, auch Nationalisten sind, Punkt. Und so, dass es eben so ein Mix ist, ja. Aus einerseits, man schaut durchaus, was bei den anderen Ländern ist, weil man weiß, dass man zum Teil ähnliche Probleme hat, ähnliche Strukturen hat, unter ähnlichen Dingen leidet. Und wenn die einen es schaffen, sozusagen, man denkt, dann könnte man es eben auch schaffen. Obwohl das ja echt schon beachtlich ist, gerade wenn man jetzt so ein bisschen auf politikwissenschaftlicher Ebene sich das Ganze ansieht, gibt es ja auch sehr unterschiedliche politische Systeme. Also zum einen konstitutionelle Monarchien wie in Tunesien, aber dann auch Republiken wie jetzt der Jemen. Aber es gibt ja auch sonst noch echt einige Unterschiede, gerade so hinsichtlich des Wohlstands. Im Unterschied zu ärmeren Ländern, wie jetzt Tunesien, Ägypten oder Syrien, kam es ja in den Golfstaaten, Oman, Saudi-Arabien, Katar, nur zu geringen politischen Reformen. Also da gab es zwar auch Demonstrationen, Proteste, aber die Auswirkungen waren dann doch nicht so stark wie jetzt in den anderen Ländern. Was ist denn der Grund für die geringen Auswirkungen in den Golfstaaten? Ist es nur wegen des Öls, höheren sozialen Wohlstand oder gibt es da noch andere Punkte? Also ich hatte ja vorher gesagt, es sind immer so zwei Komponenten, einmal das sozioökonomische, einmal das politische. Das betrifft vor allem die Länder, die entweder ressourcenarm sind oder eben pro Kopf ressourcenarm. Das bedeutet, also gerade die Golfmonarchien, ganz vor allem Vereinigte Arabische Emirate, wobei auch hier, es gibt ja sieben Emirate, man denkt ja immer nur an Dubai und Abu Dhabi, Glitzer, Glitzer, aber es gibt auch arme Emirate, also innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate. Saudi-Arabien zum Beispiel ist pro Kopf gar nicht so reich, wie man denkt. Aber sie haben ja vorher eben noch gefragt, und ich meine, die ganzen politischen Systeme sind ja sonst unterschiedlich da, wo es Protest gab. Also wie lässt sich das dann erklären? Letztendlich sind es die politökonomischen Verhältnisse, die es erklären. Denn ob ich jetzt Marokko als konstitutionelle Monarchie habe oder Ägypten als Republik, wenn ich einfach eine hohe Jugendarbeitslosigkeit habe, verschiedene Formen oder auch Ausprägungen von Marginalisierung, also sagen wir von Regionen, die abgehängt sind, mit auch großen ökologischen Problemen. Diese Strukturen, die finden sich eben auch in verschiedenen politischen Systemen wieder, aber eben nicht in den Golfmonarchien. Die haben sich ja erst auch später herausgebildet durch den finanziellen Reichtum und funktionieren anders letztendlich in dieser Logik heraus. Jetzt haben wir es ja vorhin schon angesprochen, dass ja leider bis auf Tunesien, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber eigentlich in den ganzen anderen Staaten, in denen rebelliert wurde, ja zunächst es erstmal so aussah, als hätte das Ganze was bewirkt und dann jetzt sich über die Jahre ja doch rauskristallisiert hat, dass das Ganze jetzt doch nicht so positiv sich geäußert hat, wie von den meisten gewünscht. In vielen Ländern gab es eben statt dieser Demokratiebewegung und der Umstrukturierung des Systems eher Repressionen, Bürgerkriege, Dschihadismus und eben auch immer noch sehr viele Autokratien oder zerfallene Staaten, spricht man oft auch nicht vom arabischen Frühling, sondern dann eben vom arabischen Winter. Würden Sie denn sagen, der arabische Frühling ist gescheitert? Und falls ja, woran? Das Problem an diesem arabischen Frühlingsbegriff ist ja immer, dass er wieder so ein Ereignis nimmt, also oder Frühling drei Monate und dann ist irgendetwas geritzt. Und das glaube ich überhaupt nicht. Also mein Hauptmotto in dieser ganzen Diskussion ist zu sagen, nichts ist vorbei, wir sind mittendrin. Was man gesehen hat, dass zwar 2011, also es gab so eine Welle von Protest mit den Outcomes, die sie ja beschrieben haben, dann ab 2016 in Marokko zum Beispiel sechs Monate Protest und dann im 2019, was ich beschrieben habe, die Welle angefeuert, auch durch eine verschärfende Wirtschaftslage. Und da sind wir mittendrin. Wir hatten eine Corona-Pandemie, die diese zweite Welle zum Ende gebracht hat, zu einem vorläufigen allerdings nur. Die wirtschaftlichen Verwerfungen durch Corona waren immens, bis zu 25 Prozent Bruttoinlandsprodukt in manchen Ländern einfach vernichtet. Er hat zehn Jahre Wohlstandsgewinnung vernichtet. Dann kam jetzt auch noch der Ukraine-Krieg, der nochmal stark gezeigt hat, wie wirtschaftlich vulnerabel, also verletzlich letztendlich die arabische Welt ist, extrem abhängig von Nahrungsmittelimporten. Durch den IWF, über den haben wir ja zum Beispiel gar nicht gesprochen, Internationalen Währungsfonds, der seit 2011 stark aktiv in der Region war und wieder stark versucht hat, wirtschaftliche Systeme mit umzubauen. Unter anderem nur davon gefordert hat, Währungen abzuwerten, was dazu geführt hat, dass Importe nochmal teurer wurden. Das heißt, wir sehen eine Zeit von Inflation, von Staatsverschuldung, also eigentlich eine Krise, die sich immer weiter zuspitzt, multiple Krisen, die sich zuspitzen, die auch garantiert wieder im Protest münden würden. Also letztendlich zu sagen, der arabische Frühling ist gescheitert, ist insofern Quatsch, weil die Probleme, die die Proteste damals gezeigt haben und seitdem immer wieder gezeigt haben, überhaupt nicht gelöst sind, sondern Dinge, die sich eher verschärfen, die auch durch den Klimawandel nochmal extrem verschärft werden. Die arabische Welt ist von Wasserknappheit extrem bedroht. Und wir reden hier die ganze Zeit vom grünen Wasserstoff, den sie uns liefern sollen. Dafür braucht man frisches Wasser. Wir haben da riesige Zielkonflikte auch. Erwärmung. Ich meine, viele Regionen, viele Bereiche der arabischen Welt werden vielleicht nicht mehr bewohnbar sein, wenn das weiter sich erhitzt. Also die ganzen Golfstaaten, über die wir reden, wo er jetzt schon zum Teil 50 Grad und mehr erreicht wird, ist eigentlich dann nicht mehr bewohnbar. Oder zum Beispiel, wenn der Meeresspiegel steigt, wird der Nil, das Nil-Delta versalzen, das ist die landwirtschaftliche Gegend Ägyptens. Ja. Und dann reden wir von ganz anderen Dimensionen. Insofern, also die Probleme spitzen sich weiter zu und die aktuellen Systeme haben überhaupt keine Lösung dafür. Insofern würde ich sagen, nichts ist vorbei. Das ist ein andauernder Prozess eher. Absolut. Und es ist aber auch, es geht auch nicht darum, einen romantisierenden Blick drauf zu haben. Also ich meine, die kurzfristigen Ergebnisse der Protestbewegungen waren autoritäre Regime, die auch dazugelernt haben. Wie man eben Protest gar nicht erst zulässt, ihn gleich, sagen wir, im Keimer stickt oder laufen lässt. Algerien zum Beispiel, lange laufen lässt, bis es sich erschöpft. Dann so eine Phase wie Covid zum Beispiel zu nutzen und AktivistInnen dann zu verhaften, wenn eigentlich gerade keiner hinguckt, Jordanien ähnlich. Cybersecurity habe ich angesprochen, ja. Es gibt auch Austausch zwischen autoritären Regimen und gerade Unterstützung jetzt von Golfländern, Saudi-Arabien, UAE, also Vereinigte Arabische Emirate, für Monarchien generell, aber eben auch für anti-islamistische Diktaturen, sei es in monetärer Hinsicht, aber eben auch Austausch über Repressionen findet da auch statt. So ein Hauthund, da drückt man seine Bevölkerung. Ja, genau. Ein Land, wie gesagt, wo eigentlich die Arabellion ja begonnen hat und das Gott sei Dank auch zu einem positiven Outcome kam, war ja eben Tunesien. Dort konnte ja der Machtwechsel schon weitestgehend friedlich dann vollzogen werden. Gilt ja auch so ein bisschen als einziges Erfolgsmodell des arabischen Frühlings. Wieso konnte das dann in Tunesien funktionieren, aber in den anderen Ländern jetzt nicht? Ja, leider ist Tunesien gar nicht mehr so der schöne Erfolgsfall, den wir ja so lange skizziert haben. Wenn der aktuelle Präsident im Juli 21 begonnen hat, das System letztendlich wieder zu reautokratisieren. Das ist ziemlich dramatisch, aber hängt letztendlich auch mit den letzten zehn Jahren zusammen. Aber erst mal die Frage, warum es damals geklappt hat, denn die Erfolge waren da. Zwei Faktoren sind ganz wichtig. Einmal immer bei diesen sogenannten Endgames die Frage, was macht eigentlich die Armee? Die Rolle der Armee in Tunesien war eigentlich immer eine unpolitische. Die Repression, die Sicherheitskräfte, die das System gestützt haben, kamen aus dem Innenministerium. Das heißt, die Armee war aber auch nicht wirtschaftlich eng verknüpft. Sie war eher ein schwacher. Also anders als in Ägypten. Genau, ganz genau. Sodass man eben hier von den Sicherheitskräften nicht den Veto-Player hatte, wie es in Ägypten der Fall war. Und es gab einen starken zivilgesellschaftlichen Akteur, den Gewerkschaftsdachverband, die UGTT, die auch während der Diktatur, vor allem auf lokaler und regionaler Basis, relativ unabhängig blieb. Das hängt damit zusammen, dass dieser Gewerkschaftsdachverband bereits im Unabhängigkeitskampf sehr aktiv war, dadurch so eine Art Staatlegitimität hatte und immer ein wichtiger Akteur blieb auch, also vor allem natürlich noch in den Zeiten des Korporatismus, das bis heute in den 50er, 60er Jahren, als zwar staatlich kontrolliert, aber Arbeit, gerade der öffentliche Sektor, doch mitreden konnte, letztendlich was Politik angeht, stark eingebunden war, sagen wir auch in Privilegien, Pools, wo man die aber heute immer noch rein will, um dort zu arbeiten. Und sozusagen die lokale und regionale Ebene dieser Gewerkschaft blieb wie so eine Art Dach für sämtliche Oppositionen in Tunesien. Und man sieht das eben daran, dass diese Ebenen auch bei der Revolution sehr schnell mitgemacht haben, aber die nationale Ebene erst ganz zum Schluss mitgemacht hat, weil die sozusagen eng mit dem Regime verknüpft waren. Aber diese Unterstützung hat einmal geholfen, die Revolution, also jetzt wirklich den Sturz von Benalli mitzubringen, aber auch diesen schwierigen Transitionsprozess letztendlich zum Erfolg zu schubsen. Weil auch hier hatten wir eine ganz starke Polarisierung zwischen Islamisten und Säkularen wie in Ägypten. Und da hat eben die Armee diese Spaltung genutzt. Und da hat dann das Nationale Dialogquartett, das waren vier zivilgesellschaftliche Organisationen und allen voran eben der Gewerkschaftsdachverband, Druck aufgebaut, zu sagen, wir wollen jetzt diese demokratische Verfassung, wir wollen das jetzt zu einem guten Ende bringen. sodass dann 2014 die Verfassung erlassen werden konnte und eben ein unperfektes demokratisches System installiert wurde, was vor allem dazu geführt hat, dass wieder sozioökonomische Belange eigentlich marginalisiert wurden und dieser Frust mit einer politischen Kultur, die auch zum Teil unsäglich war, im Parlament geprügelt wurde und sich beschimpft wurde. Kann man sich ja nicht vorstellen. Dass Leute einfach so frustriert werden, zu sagen, dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. Wir wollten Arbeit, wir wollten in Würde leben und die Wirtschaftsbedingungen eher schlechter wurden als besser. Sodass sich da so einen riesen Unmut gebildet hat, der dann zur Abwahl der bisherigen Parteien geführt hat und dann eben den Präsidenten, den wir heute haben, der ja keinerlei politische Erfahrung und keine Partei oder irgendwas hatte, an die Macht gebracht hat. Auch per se erstmal nicht schlecht. Ich meine, die Demokratie darf auch experimentieren. Man darf auch mal, wenn man mit dem einen unzufrieden ist, dann wählt man die anderen. Das ist irgendwie die Idee davon. Aber der darf halt dann nicht das System umbauen. Und genau das passiert gerade und ja, mit der neuen Verfassung ist das letztendlich im Moment zumindest zementiert. Obwohl dafür soll das ja eigentlich, wie so Kontrollmechanismen geben, dass eben nicht eine Person einfach komplett die Verfassung umstrukturieren können. Deswegen war der große, große Fehler, die neue Verfassung von 2014 sah ein oberstes Verfassungsgericht vor, weil es nie eingesetzt wurde. Das ist sozusagen ein kardinals Fehler. Viele Dinge wurden nicht umgesetzt und nicht eingesetzt in diesen ersten Jahren nach der demokratischen Verfassung. Das ist nicht der einzige Grund, aber es ist ein ganz wichtiger Grund, weil genau diese Gewaltenteilung letztendlich nicht da war, weil es diese große Kontrolle nicht gab. Weil der Präsident, der selber Verfassungsrechtler ist, ironischerweise. Der wusste schon ganz genau, wie er es macht. Richtig, genau. Der hat dann die Verfassung genau in einen Artikel rausgepickt und gesagt, es ist ein Notstand, ich darf jetzt alles. Und das ist eben absolut dramatisch. Man sieht aber auch, dass es überhaupt keine Unterstützung mehr hat. Ich meine, es waren im Dezember, waren jetzt Parlamentswahlen und es ist keiner hingegangen. Es waren 10% Wahlbeteiligung. Ich glaube, die niedrigste Wahlbeteiligung der modernen Geschichte. Und das ist ja genau der Punkt für Demokratie. Die soll ja vom Volke aus gehende Herrschaft sein. Braucht man eben die Bevölkerung, die sich beteiligt. Und das ist ja so ein bisschen das Problem, Sie haben es ja gerade beschrieben, dass viele wahrscheinlich mittlerweile desillusioniert sind und merken, okay, Demokratie, wie wir sie uns vorgestellt haben, bekommen wir gar nicht. Wie schwierig ist es denn wirklich, in einer ehemaligen Diktatur dann eine Demokratie zu installieren, wenn das denn irgendwie möglich ist? Ich meine, in Deutschland kann man sich das ja so ein bisschen zumindest vorstellen, von der DDR dann eben ausgehend zur Bundesrepublik Deutschland. Aber da sind ja nochmal ganz andere Begebenheiten. Wie kann man denn dort Diktaturen in Demokratien umwandeln, wo es davor nie in demokratischen Gedanken oder Grundsätze gab? Ja, ich glaube, man braucht ein bestimmtes Verständnis von Demokratisierung. Was bedeutet eigentlich Demokratisierung? Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr finde ich eigentlich, dass wirklich jede einzelne Beziehung oder relevante Beziehung in diesem System neu ausgehandelt werden muss. Jede Position, jede Institution braucht neue Normen, die dahinterstehen. Ich habe das zum Beispiel gesehen in Ägypten in den vier Monaten, in denen dieses Parlament eingesetzt war nach der Revolution. Und ich hatte wirklich im Detail und sehr intensiv das Parlament vor, also unter Mubarak studiert. Ich hatte mir Parlamentsdebatten analysiert und so. Und habe einfach gesehen, das war eine Kontinuität. Das war eine Kontinuität im parlamentarischen Arbeiten. Die Muslimbrüder dachten, jetzt sie sind einfach die Regierungspartei und drücken Dinge durch, wie sie Lust haben. Die anderen haben sozusagen die Oppositionsrolle gespielt. Aber eben das Alte, so die Institutionen, die wandeln sich langsam. Man kann zwar formal was Neues vorgeben, aber die Praktiken, dass das wandelt sich langsam. Es gibt auch nicht einfach eine formale Vorgabe, die dann eins zu eins ein bestimmtes Handeln nach sich zieht, sondern es gibt immer einen Spielraum, was auch gut ist, was Institutionen ja letztendlich auch ein Stück weit flexibel lässt. Und gleichzeitig braucht es eben auch die Akteure, die das in einer bestimmten Art und Weise leben. Ich glaube auch nicht, dass die tunesische Demokratie zumindest für den Moment gescheitert ist, weil die Verfassung so schlecht war. Im Gegenteil, ich glaube, es waren die Akteure, die sie in einer bestimmten Art und Weise ausgelegt und umgesetzt haben, was zu der Frustration geführt hat. Auch gar nicht so unbedingt vielleicht die Bevölkerung bedacht haben, sondern wieder die eigenen Interessen durchsetzen wollten. Ja, kann man schon so sehen. Es sind andere Interessen als in der Autokratie, wo man feste Klientelnetzwerke hatte, wo einfach so Geld verteilt wurde. Da ging es, glaube ich, schon auch um Kampf um Machterhaltung. Letztlich in Demokratie geht es auch um Machterhaltung. Das ist auch erst mal nichts Verwerfliches. Und wenn sozusagen die Responsivität, also auf die Bevölkerung niedrig ist, dann wird man abgewählt. Das ist das Spiel. Das ist auch an sich erst mal okay. Und es ist auch völlig okay, dass hier ein Experimentieren stattfinden muss. Was ich auch manchmal schräg finde in der Diskussion, ist, wenn gesagt wird, ja, wen soll man denn da wehren nach so einem Sturz? Die haben ja alle keine Erfahrung. Ja, na klar. Aber die, die Erfahrung haben, will man ja nicht, weil das sind ja die alten Eliten. Also man muss damit leben. Aber letztendlich müssen wir, glaube ich, auch selbst so ein bisschen selbstkritisch über die eigene Vergangenheit nachdenken. Wie viel Kontinuität gab es denn bitte in Deutschland nach dem Zweiten Welttag? Ja, grauenvoll. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, wo überall Nazis saßen, weil man halt Richter braucht. Im Bundestag auch. Es ist einfach schockierend. Aber dann mit dem Finger auf andere zu zeigen, sagen so, hier, funktioniert alles nicht. Das sind schwierige Prozesse. Und zu denken, das müsste jetzt alles irgendwie in kürzester Zeit erledigt sein. Plus es gibt ja auch Faktoren, die einfach dem auch wirklich entgegenspielen. Das sind eben regionale Mächte, die da ganz gezielt auch Mittel einsetzen, um diese Demokratien zum Scheitern zu bringen. Das Militärregime in Ägypten hätte sich nicht stabilisiert, wenn nicht die Golfstaaten enorm viel Geld reingepumpt hätten. Und wenn die internationale Gemeinschaft viel Geld reingepumpt hätte, ja, über den IWF. Ich meine, ich finde das auch ein schwieriges Spiel zu sagen, es geht ja auch um eine Grundversorgung. Menschen sollen ja weiter leben, aber man muss einfach mal sagen, die politischen Renten, die da flossen, die fließen zur Stabilisierung von Autokratien. Das ist irgendwie kein gutes Spiel und ich meine, die EU hat sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ja, vor 2011, weil letztendlich Stability First war der große Ansatz, zu sagen, Hauptsache stabil, Hauptsache keine Migration, Hauptsache keine Terroristen und der Rest ist uns eigentlich egal. Dann gab es nach 2011 ein kurzes Aufwachen, zu sagen, nee, 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 wir wollen das natürlich unterstützen, more for more, ja, je mehr Demokratie, desto mehr Unterstützung gibt es und es ist auch nicht unbedingt an Geld an sich gescheitert, aber letztendlich die Ansätze oder die Anreize, die gegeben werden, sind nach wie vor Migration kontrollieren, Terroristen bekämpfen und was zum Beispiel ägyptischen Eliten immer toll spielen, ist zu sagen, wenn wir stürzen, dann setzen sich 100 Millionen Ägypter in Boote und kommen nach Europa. Immer so ein bisschen die Fluchtangst und Fluchtbewegungen zu schüren. Und da lassen sich viele Regierungen dann auch genau davor vor den Karren spannen, sagen ja Hauptsache, das ist irgendwie stabil und sagen, wird kontrolliert und jetzt sind es auch noch Autokratien, die sich modern geben, die sozusagen Klimakonferenzen veranstalten. Ja, das, die eben jetzt uns bei der Energietransition unterstützen wollen, weil sie uns grünen Wasserstoff liefern wollen und plötzlich sind wieder in ganz komischen Partnerschaftsmustern drin, wo man sehr genau hinschauen sollte, wen unterstützt man eigentlich wie? Also wie viel Verantwortung hat Europa, würden Sie sagen, also gerade die EU, weil ich meine, wir hatten es ja vorhin auch schon, die Kolonialmächte haben da sehr stark eingewirkt. Viele Konflikte sind ja teilweise nur entstanden, weil eben dort massiv in die vorherrschenden Gebiete eingegriffen wurde. Eigentlich würde man jetzt so denken, wäre es viel sinnvoller, viel mehr in Ursachenbekämpfung zu stecken und zu investieren, also beispielsweise humanitäre Hilfe, um gar nicht so sehr die Regime oder die Regierungen zu fördern. Was kann die EU denn tatsächlich tun oder was würden Sie sagen, wäre der Weg, diesen Staaten wirklich im Demokratisierungsprozess zu helfen? Das Erste, was ich immer sage, ist Sachen nicht schlimmer machen, als sie eh schon sind. Das bezieht sich vor allem auch auf Waffenlieferungen. Die Exporte zum Beispiel nach Ägypten sind explodiert, seitdem das Militär in der Macht, das muss man sich mal vorstellen. Also unfassbar, Ägypten ist der drittgrößte Importeur von Waffen. Frankreich hat immens geliefert und auch wir haben das getan. Ja, weil man davon natürlich profitiert. Man profitiert davon, man hofft sich natürlich auch eine gewisse Stabilität und die machen das ja, die kaufen quasi unseres mit Krediten, denen wir denen geben. Das Zweite ist, schon mal gut überlegen, wie Wirtschaftsentwicklung da starten kann. Die EU kommt eigentlich immer, wenn sie etwas fördern will, mit Freihandelsabkommen. Da geht es um sogenannte Deep and Comprehensive Free Trade Agreements, DCFTAs, die letztendlich bedeuten, diese Länder, mit denen da verhandelt wird, bekommen einen Zugang zum EU-Markt unter den Bedingungen sämtlicher EU-Qualitätsstandards. Und irgendwann müssen quasi die Länder dann auch öffnen. Was aber letztendlich dazu führt, dass selbst wenn es gut läuft, halt nur ganz große Unternehmen diese Standards erfüllen können, diese Klassifizierungen übernehmen können. Dass kleine und mittelständische Unternehmen, das sind die, die die Hauptarbeitsplätze schaffen in diesen Ländern, informell und formell, überhaupt nicht mitmachen können. Deswegen war das auch nicht wie bei uns, wenn man sich vorstellt, eine Firma schließt, Zehntausende sind arbeitslos, gibt es Protest. Sondern das sind einfach Menschen, die nie in den Arbeitsmarkt reinkommen. Also auch Jugendarbeitslosigkeit trifft es zum Teil gar nicht, weil es ist eher so ein intergenerationales Ding zu sagen, das sind Leute, die sind zum Beispiel 40 und warten immer noch auf den Job. Ja, also was heißt hier jung? Also ich bin 41, ich bin mal blutjung, aber natürlich nicht in dem Sinne, wo wir eigentlich unsere Jugendarbeitslosigkeit verstehen. Wenn man das versteht, wo eigentlich sozusagen hier diese Mechanismen sind, wie könnte man denn da rauskommen? Das ist unsere Nachbarschaft. Und wir sollten sehr genau hinschauen, was da passiert, wie wir mit denen, die gerade diese Häuser führen, umgehen und was das heißt, für die, die in diesen Häusern wohnen und auch was das langfristig bedeutet. Also ich meine, wir werden mit diesen Ländern immer eine Art von Verbindung haben, Beziehungen haben, auch pflegen müssen und sollten wir auch mit Diktatoren, auch mit Autokratien sollte man natürlich reden, diplomatische Beziehungen haben. Es geht jetzt nicht um einen romantisierenden Blick, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, sondern sehr genau hinschauen, was wir da tun, wem wir unterstützen, mit was, warum müssen wir Waffen liefern, aber gleichzeitig können wir natürlich über Wirtschaftskooperationen reden, müssen wir auch. Und gleichzeitig aber zu wissen, das ist nicht einfach eine Friedhofsruhe, die da eingekehrt ist und fertig. Wir werden die Demokratie nicht dort einführen. Ich halte nichts von extern gebrachter Demokratie, will keiner, braucht keiner nicht, immer die Iraner wollen das. Jetzt sind ja aktuell gerade vor allem die Proteste im Iran sehr präsent in den Medien. Letzten Jahr war es vor allem Belarus Anfang des Jahres noch oder davor noch. Würden Sie jetzt sagen, hatte oder hat die Arabellion Auswirkungen auf die Protestbewegung im Iran oder in Belarus gehabt? Also eher marginal, würde ich sagen. Also wenn dann noch Iran näher dran. Aber Iran hat seine eigene Protestgeschichte, die auch läuft. Jetzt gerade jährte sich ja der Abschluss der ukrainischen Maschine, wo viele Iraner auch ums Leben kamen. Das ist auch einfach unfassbar, weil es einfach eine zivile Maschine abgeschossen wird und die tagelang vertuscht wird. Also absoluter Skandal, da waren Riesenproteste drumherum. Und letztendlich auch viele verschiedene Bewegungen sich jetzt rund um diese Frauenfrage ein Stück weit solidarisieren. Also die Frauenrechtsbewegung im Iran gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Die wurde zum Teil unterdrückt, nicht unterdrückt, beiseite geschoben, auch innerhalb diesem Demokratie-Camps zu sagen, ja, kümmern wir uns dann drum, aber jetzt erst mal Demokratien. Also im Iran war der Protest eigentlich nie wirklich vorbei, sondern einfach eher immer so ein bisschen im Untergrund am Brodeln. Jetzt ist der Funke einfach wieder aufgeflammt. Das zeigt ja auch so ein bisschen kurze Erfolge oder dann eben auch Misserfolge, selbst wenn sie dann wieder niedergeknüppelt werden, sagen ja eigentlich nicht so viel aus. Also es ist ja einfach ein bisschen kurz gedacht. Dann sieht man eben die Tragweite nicht, sondern man muss es wirklich als Prozess sehen. In der Protestforschung spricht man auch von Wellen. Das finde ich auch gut, weil wenn man mal ein bisschen rauszoomt und guckt, was hier eigentlich passiert, dann sehen wir Wellen an Protest, die immer größer werden. Die vielleicht auch mal ein bisschen abschwachen, man nicht so viel sieht und dann aber wieder aufkommen. Genau, man spricht oft von heißen Phasen und kalten Phasen. Übrigens auch in kalten Phasen, also wenn gerade nicht groß protestiert wird, passiert was. Auch hier nochmal so dieses es ist vorbei ist einfach Quatsch. Ja, wie ist denn so Ihre, ich weiß, das ist immer schwierig zu sagen, weil Sie haben es gerade schon angesprochen, Wellen und es gab ja 2019, 2020 so die letzte große Welle nochmal in der Region, also in Algerien, gab es ja auch friedliche Proteste, die dann wirklich dazu geführt haben, dass der Langzeitdiktator gestürzt wurde. Wie sehen Sie denn die Zukunft der, ich sag es nochmal, arabischen Welt, auch wenn es vielleicht nicht der passende Begriff ist oder ist das in den nächsten zehn Jahren eher schwierig zu sehen? Also innerhalb von zehn Jahren wird garantiert viel passieren. Ich habe ja anders gesagt, ich bin nicht schlecht in Revolutionstippen. Also 2010 habe ich zu meiner Promotion der Arbeitstitel war Parlament und Protest. In Ägypten alle, oder wen interessiert Protest in Ägypten? Zack, ja. Nie im Leben passiert das. Genau, Algen. Das meinte ich so mit Wellen, ja. Es gab immer wieder kleine Ausschläge, die größer wurden an Protest, eben subnational in einer bestimmten Region, bestimmte Akteure. Aber je mehr sich da tut, die Grundmobilisierung, je höher die ist, macht ja irgendwie auch Sinn, Umso leichter kann sich da noch etwas zusammentun, wenn ein bestimmter Auslöser, wie ein moralischer Schock, Tod eines Aktivisten oder sowas wie Kürzungen von Subventionen kommt dann, macht's Peng und dann ist diese Massenmobilisierung da. Zum Beispiel ein Fall, der völlig unterm Radar läuft, ist Jordanien. Wellen von Protest auch in den Kernunterstützungskreisen des Königs. Auch schon seit 2011 übrigens, ja. Das ist einfach, was hat das immer wiederkehrend. Also, wie gesagt, die Wellen, ja, 2018 groß, 2019 groß und das ist sehr nah. Wie gesagt, es gab den Covid-Knick und es ist auch nicht so, dass kaum ist irgendwie ein Wirtschaftsindikator schlechter, geht's sofort los. Was man auch sagen muss, was vielleicht jetzt für manche Länder erstmal nicht so für den großen Knall spricht, ist eine Ermüdung. Denn Proteste und Mobilisierung und Krisen und ich sprach ja schon von multiplen Krisen, die sind einfach unfassbar anstrengend. Wenn man an den Libanon denkt, der eine Hyperinflation hat, die größte Wirtschaftskrise überhaupt durchlebt. Also, wenn da kamen die Proteste, dann kam Covid, dann kam die Explosion, genau, am Beruter Hafen. Das war wirklich traumatisch. Und ich meine, das ist ein Land mit Bürgerkriegsgeschichte. Ja, also es ist nicht, dass sie nichts erlebt hätten. Aber das war wirklich noch einmal eine Zäsur. Und seitdem, unter anderem auch mit Ukraine kriegt es die Energieversorgung so gut wie zusammengebrochen. Es war ja schon immer so im Libanon, dass es nicht dauerhaft Strom einfach gab, sondern dass man einen Generator dazukaufen musste. Und nicht mal das funktioniert jetzt mehr. Also die meisten Menschen sind einfach wirklich mit diesem Überlebenskampf beschäftigt. Und das ist wirklich meistens keine gute Voraussetzung für eine Revolution, weil man einfach wirklich andere Probleme hat. Mit Überleben beschäftigt ist. in der Fall, die letzte große Protestwelle war 2021, so 10-Jahres-Jubiläum. Das war der Unmut, den Kai Said, also der aktuelle Präsident, genutzt hat, um dann im Sommer die Verfassung außer Kraft zu setzen. Also der hat quasi diesen Unmut genutzt. Und auch die Tuniser sind unfassbar müde. Ich meine, was haben die schon auch alles jetzt mitgemacht und wirtschaftlich und wieder jetzt politischer Hickhack etc. Deswegen geht auch keiner zur Wahl. Also einfach die meisten sagen, ich habe einfach andere Probleme. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss. Aber man muss natürlich schon pro Land einfach genau hinschauen und gucken so, hier sind die Konfliktlinien, was gibt es auch für Ressourcen, für Netzwerke, die gerade formieren. Aber letztendlich ein Stück weit bleibt es immer unvorhersehbar. So was dann wirklich der Auslöser sein kann. Das sind ja auch Emotionen, die da eine große Rolle spielen. Man tut ja immer so, als wäre das so eine Rechenaufgabe, so pro contra und heute gehe ich demonstrieren. Das sind ja auch Emotionen. Kosten-Nutzen-Abrechnung. Genau, genau. Also war das auch lange in der Protestforschung, dass man dachte, naja, wenn objektiv so. Aber letztendlich, wenn etwas passiert, und man denkt, das kann nicht wahr sein, dann ist das sozusagen der erste Move, die erste Bewegung. Und was dann passiert, entscheidet auch ganz viel einfach vor Ort, während der Proteste. Da gibt es einfach ganz viel Spielraum, wie etwas weitergeht, wie man die Erfahrungen auch während des Protests verarbeitet. Was viele ja auch beschrieben haben, rund um 2011, war diese unglaubliche Euphorie, wie toll es ist, wenn man sich mal sozusagen als Bürger auf der Straße begegnet, wie Frauen berichtet haben, dass sie einfach mal nicht belästigt wurden. Zum Beispiel in Ägypten ist das ja ein großes Thema, einfach sich an einem öffentlichen Ort aufzuhalten und sich nicht nur von A nach B zu bewegen, sondern einfach zu bleiben, zu sein, von einer Protestierenden schützt zu werden. Solidarität, gemeinsame, freiwillige Aktivitäten, Müll aufräumen, sich organisieren, zu sehen, wow, was kann man eigentlich erschaffen, wenn man mal zusammenhält. Das sind auch wirklich so außergewöhnliche Zeiten, die auch ganz berauschende Gefühle auch mit sich bringen können, die auch erklären, warum Leute dann so lange dann einfach Tage, Wochen, Monate bis zu einem Jahr so einer Protestbewegung nicht anschließen. Insofern, wie gesagt, schwer vorherzusehen, warum konkret ein Protest ausbricht, auch schwer vorherzusehen, wie Menschen eben auf das Positive reagieren. Das bleibt immer ein Stück weit unvorhersehbar, aber dass es das ganze Umfeld dazu gibt, was Protest sehr wahrscheinlich macht, in den nächsten zehn Jahren, würde ich sagen, auf jeden Fall. Dann bin ich mal gespannt. Natürlich könnten wir hier noch Stunden vielleicht darüber sprechen und vielleicht sprechen wir ja in zehn, zwölf Jahren nochmal drüber und können dann sehen, ob Ihre Prognose tatsächlich wieder richtig lag oder wie sich das Ganze eben entwickelt hat. Leider sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Auch an Sie zum Schluss noch die Frage, wenn Sie einen Tweet auf Twitter über diese Podcast-Folge, über unser Gespräch jetzt zusammen verfassen würden, mit welchem Hashtag würden Sie diese Folge oder unser Gespräch eben zusammenfassen und warum? Also ich glaube, mein Grundmotto und der Hashtag wäre einfach Nichts ist vorbei. Wir sollten auf jeden Fall weiter hinschauen und wenn wir in zehn Jahren wieder reden, bin ich gespannt, welche Rubrik das dann stattfinden wird. Hoffentlich nicht fast vergessen. Ja, oder vielleicht auch gelöste Konflikte, aber das wäre schön, aber irgendwie bin ich mir da nicht so sicher. Ja, ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass es vielleicht in die Richtung gehen könnte. Wir werden es sehen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Schlusswort. Frau Dr. Weiberth-Fenner, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Expertise und Einschätzungen. Vielen Dank Ihnen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet viel aus der heutigen Folge mitnehmen und ja, wir können alle gespannt sein und bleiben, was sich in den nächsten zehn Jahren in der Region noch so alles verändert. Hiermit verabschiede ich mich. Mein Name ist Jessi Henschel und euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.